Da wären wir. Wir können sogar mit dem Controller spielen. Ach, guck mal, ist ja witzig. Das, was ich also gesehen habe... Sensibilität mache ich mal ein bisschen runter, Subtitles. Yes. Background, nein. Medium. Back. Sound. Natürlich volle Pulle. Machen volle Pulle. Was? Volle Pulle. So, Grafiks. Fullscreen. Orderless Window. Hi. Es geht nicht. Ja, V-Sync. Ja, bitte. Quality, Balance, Performance. Apply Setting. So. Ich würde sagen, wir gehen zurück und damit herzlich willkommen zu... herzlich willkommen zu LUTO. The Choice. Das sieht, glaube ich, noch ein bisschen. Ja, da sind wir auch schon. Wir haben ein paar Fernsehbalken. Oben und unten. Es sieht ein bisschen aus wie im Film. Den... Ich muss dazu gestehen, den ersten Trailer, den ich gesehen habe, es hat mich ein bisschen an PT erinnert. Oh, guck mal hier, so ein Duftdinger. Oh nein, ich kann so... Oh, nein. Aber ich lasse mich erst mal überraschen. Da ist jemand ausgeschnitten. Oh, endlich zu Hause. Endlich daheim. Oh, draußen ist schön Wetter. Was soll es Schöneres geben? Endlich daheim. Auspacken. Ein Buch lesen. Der Musik lauschen. Ach, die alten Kartons noch auspacken. Eine Zeichnung von einer kaputten Tür mit kaputten Bars. Okay. Pickup. Inventory mit I. Okay, wir können uns also die Sachen nochmal ankauen. Inspekten. Navigate. Okay, alles klar. Gut. Das Telefon klingelt. Alter. Ich muss sagen, wie das aussieht, ne? Leck mich an der Foot. Ja, ich geh mal ins Telefon. Ich muss sagen, ich finde das krass mit den Balken. Das macht nochmal eine ganz andere Atmosphäre, ne? Das macht echt so eine filmische Atmosphäre, muss ich sagen. Alter, das Klavier ist sehr energisch. Wir nehmen die Demo mal ein bisschen unter die Lupe, ne? Alter. Ja, ist doch gut, ich komme ja schon. So, wir haben es. Zehn nach elf. Die Uhr scheint stehen geblieben zu sein. Wir haben hier... Okay, hier ist der Eingang? Komme ich hier raus? Kann ich abschließen? Nein. Ja, ist doch gut, ich komme ja schon. Hallo? Ja, mir geht's besser, ja. Ja, ich weiß, lange her. Ja. Ich versuche dir Raum zu geben. Aber natürlich, wenn du mir brauchst, sag dir was. Okay? Okay. Ich komme und dich zu holen. Also, bitte. Sei ein Scherz. Was? Ich komme, um dich zu holen? Was? Hilfe? W-w-w- Warum spiele ich sowas? Alter. Was? Do not stare him at him? At wem? Wen soll ich nicht anstarren? Ja. Das ist ja ganz toll. Das sieht aber irgendwie ganz anders hier aus gerade. Habe ich eine Taschenlampe? Es ist so. Es ist furchtbar. Da ist eine Taschenlampe. Okay. Vielleicht sollte ich erstmal die Taschenlampe holen. So. Hier hängen überall Ketten rum. Ich weiß nicht warum. Oh, ein Raum mit Licht. Da gehe ich erstmal als erstes rein. Ist ein Kinderzimmer. Ist bestimmt ganz toll. Zoom. Warum sollte ich das tun? Was? Oh Gott. Dieses Summen, ne? Auf den Ohren. Da fehlt ein Bild. The path is open. Was kann ich da... The death. The choice. Behind this door. There is a dark place. Easy to get lost. Okay. Okay, wir müssen noch ein Bild finden. To be happy. Okay, wir müssen nach oben laufen. Wir brauchen noch ein paar mehr Bilder. The choice. Okay. New film. Das ist echt schlimm. Oh, Gizmo. Oh, Gizmo. Oh, wie cool. Oh Gott. Das ist furchtbar. Was spiele ich hier eigentlich? Wann wird das? Ja. Das ist eine sehr starre Kette. Will ich die aufnehmen? Okay. Was spiele ich eigentlich hier immer für Spiele? Ich... Hallo? Hallo? Ich möchte wieder zurück zu meinem Zuhause. Ich will es nur kurz betonen. Das gefällt mir nicht. Was soll das da oben? Warum? Lass das. Ich mag das nicht. Oh, Gott sei Dank. Es war nur... Es war nur ein Stromkabel. Stopp, 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 stopp. Links oder rechts? Ihr dürft entscheiden. Gehen wir links oder rechts lang? War da ein Handabdruck? Nee. Mein Bauchgefühl sagt mir rechts. Ich gehe rechts. Was? They are no longer here. Where are we going? Ja. Nach oben war es doch im Bild, ne? Das Bild sagt sie doch nach oben, oder? Alter. Was ist das für ein Spiel? Was spiele ich? Gott, dieses bedrohliche... Rum. Ich gucke lange genug drauf, ne? Irgendwas wird passieren. Was? Na? Wie geht's euch? Fühlt ihr euch auch gut? Ja? Ich fühle mich gerade... Ich fühle mich gerade richtig gut. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Ich fühle mich richtig gut. Ich fühle mich richtig gut. Ist das das Zimmer da drüben? Wo ich jetzt reingucke? Weil da... Warte mal. Da ist doch am Fenster was Blaues, ne? Ich gucke nochmal eben rein. Ich weiß, es ist echt furchtbar. Ich... Ja, da ist die Kassette. Oder irgendeine Kassette. Okay. Das ist der Raum. Warum auch immer. Okay, ich... Keine Ahnung. Wir müssen doch den anderen Weg nehmen. Glaube ich. Ich kann übrigens... Kann ich rennen? Ja, ich kann ein bisschen rennen. Kann aber nicht crouchen oder ducken oder so. Wer denn? Wer ist nicht mehr länger hier? Gott, Alter. Dieses scheiß Ding. Da ist jemand ausgeschnitten. Ein Kind. Das ist nicht gut. Help. There is no escape. Seek help. Elsewhere. I am lost. Help me. Aber wen soll ich helfen? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ja, ich weiß gar nicht. Ich bin mir nicht sicher, wer du... Ich weiß nicht, wer du bist. Ja. Ja. Beruhig dich. Beruhig dich. Beruhig dich. Beruhig dich. Alter. Hör auf. Ich kündige. Das habe ich im Trailer gesehen. Das ist ein Bettlaken, was da hin und her war. Und das ist so gut gemacht, ne? Alter, ich habe Gänsehaut. Hör auf. Gott, ist das furchtbar. Guck mal so schon mal nicht weiter. Ja, sagst du? Könnt ihr euch noch an den PT-Trailer erinnern? Den zweiten? Damals? Mit diesen Türen und dem Ball? Das erinnert mich gerade so unheimlich daran, dieser Flur. herein? Herein? Ich kündige Wo war die Tür, die offen war? Ja Er hat uns das Laken übergestülpt Alter, was ist das für ein Spiel? Psst, psst Luto, sagst du, ja? Was passiert, wenn ich da langgehe? Ich frage für einen Freund Okay Man kann aber wirklich nicht schnell rennen Also das ist das Maximale Es ist schon Ja Ich weiß gar nicht, welche Engine das ist Ist das die Unreal Engine 5? Nee, ne? Oder? Ich bin mir nicht sicher Das sieht so verdammt real aus Ne Why I hate you Selfish Ungehebbar Sissy boy Uff 522 Drawing in the dark path Da haben wir schon ein Dings von Auf dem einen Bild da Wo es dran setzen können That's what I remember He hasn't drawing anything original For a long time He just drawed the movies He likes over and over again I still don't understand Why he keeps drawing like that I doesn't match his age He seems stuck in the unreadable Past somehow He looks happy, but why? He's been left alone And no one is paying attention to him After all, he's been thrown He should be crying That's what I remember I remember Diese Tasche I miss him Oh Gott, geht das irgendwie um Geht das um diesen kleinen Jungen Den wir auf dem Bild gesehen haben Der da ausgeschnitten ist Oh, bitte Aber der war zu groß Für den kleinen Jungen, ne? Dieses Laken Ah, wieso wird der hier beobachtet, Alter So, das müsste ja da hinkommen, ne? Oder? Da, ne? 0, 7, 4, 5, 2, 2 0, 7, 4, 5, 2, 2 Aber wo? Alter, hör auf damit Waren wir hier schon? Oh Eine weitere Zeichnung Drawing of a blue gift Oh nein Wir können Videokassetten angucken Oh, bitte nicht Oh, bitte mach doch nicht sowas Könige Wir brauchen bestimmt diese blaue Kassette, ne? Die wir gesehen haben, oder? Die Bilder sind ein Traum Die sind richtig gut Oh, hier ein Rätsel Können aber nichts machen Eine Kassette Ich habe mir Angst, dass da einer steht, oder so Sieht schon gut aus, das Spiel Ja Zu gut Muss ich sagen Einfach zu gut Telefon, kann ich jemanden anrufen? Oh, warte mal Wir haben die Nummer, ne? Oh Gott Das ist bestimmt eine Telefonnummer Äh Fuck Wie war denn die Nummer? Hat sich die jemand aufgeschrieben? Hätten wir mal aufschreiben sollen Warte mal eben Äh Warte Wir haben da Die 047 522 Gut Wir machen das mal aus Hier sind die anderen Nummer Die kann ich wegstreichen Okay 047, ne? Nicht 074, oder? Ach, 074 Ich habe mich verschrieben 0 Ich bin so doof 074 So Absicht so mit Zahlen Gut, dann wählen wir mal Mal gucken, wen wir dort erreichen Ist es der Lakenmann? Ich weiß es nicht So, was haben wir denn da? Wir haben die Nummer 0 7 4 5 2 2 Kann ich auch hier drücken? Anrufen Nein Ah, löschen Call I spy With my little eye A little thing In the letter I spy With my little eye A little thing In the letter I spy I spy With my little eye With my little eye Wie geht es denn hier hin? War, war, hier war, ah ja noch Hier waren wir schon, ne? Gehen wir zu dem Auge, nochmal Wir haben ja noch eine Zeichnung, ne? Die müssen wir mal einsetzen, gleich Ich spy With my little eye Stand da gerade einer? Alter, ich hab, Alter, meine Fantasie, ne? Was kann ich denn hier machen? Ich kann... Alter, was... Was? Was? Toller Videoraum. Ich habe das ganze Gefühl, ich werde beobachtet von irgendetwas. Es ist so mega unangenehm. Let's a little luto. Oh, ist die Kassette in gefallen? Da, oder? Ja. Blue Videotape. Hey. Geil. Lass uns einen schönen Videoabend machen. VHS. Beste. So, jetzt, wo war denn nochmal der Raum mit dem Fernseher? War das hier? Hier war das, glaube ich, ne? Ja. Das wird ganz großartig. Wir haben mehr Geräusche. Beste. 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 Beste.